Also, unsere wunderbare Drana stellt hier die Kimberli vor. Drana ist heute ein kleiner Kürbis und die Kimberli ist eine ganz entzückende, ebenfalls so grau-schwarze, langfälligere, sehr junge Hündin. Sie ist schon kastriert und auch für sie suchen wir ein Plätzchen. Sie gehört zu den 5K-Babys und präsentiert sich hier zu Halloween, weil wir einfach die Aktion haben. Schwarzer Hund, na und? Braucht auch ein Plätzchen. So, also, ein kleiner Kürbis. Die Drana ist das süße Kürbis. Hier gibt es übrigens fantastische Kürbisrezepte, die gibt es in Deutschland sicher auch. Hier die Italiener machen leckere Dinge. Lass dich mal von vorne ansehen. Ja, genau so. Also, auch sie macht jeden Unfug mit, die kleine Kimberli. Und, ja, hallo, süßes Mäuschen. Und unsere hübsche Drana lacht auch in die Kamera. Wir haben heute wunderbares Wetter. Und, ja, also wir wünschen uns für alle unsere Hunde ein gutes Plätzchen. Und, ja, vielleicht möchten sie auch einen grauen Kürbis, unsere kleine Kimberli. Vielleicht darf die bald auf ihrem Sofa sitzen. Ja, so was. Kimberli. Hoppla. Hoppla, hoppla. Na, so ganz geheuer ist es ihr nicht, aber sie macht mit. Das ist das Wichtige.